so ein riesen das teil so so passen genau drei super hier passt auch noch eins was eine sicht ich meine ist ja auch gar nicht übertrieben nein der flur da kann auch noch was rein zwei hinballern super nur die toilette das muss abgeschottet sein also ich darf ja jetzt nicht irgendwas hinknallen was nicht so gut wie geil das aussieht finde ich jedenfalls wie gesagt das sieht man nicht so wirklich so also tapeten mäßig also vielleicht die wand hier aber naja ne gut zäune brauche ich zäune ein richtig schnieden zaun 6.000 haben wir noch der ist zu groß der ist zu doll alter 115 pro zaun wie ich das hier oben drum mach alter ja das müssen wir dann nach und nach machen weil das wird uns zu teuer ähm ja dann kann man hier drunter fallen ich meine so schön ist das jetzt auch nicht eine tür nach draußen wäre schön aber hä 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 ja dann muss ich glaube ich ein fenster weglassen damit wir dann auch mal da draußen können das muss ich denn einmal weglassen dann neu aber dafür machen wir dann glastüren und so und die mache ich dann auch noch rein so eine feiste glastür kommt hier auch noch rein türen glastür bitte danke jup super eine glastür bitte eine glastür bitte ach in wollte ich auch noch mit fenster machen stimmt dann kommt hier noch ein kommt hier noch fenster rein das sind so schniege einfach ich brauche ein riesen fenster ich brauche ein riesen fenster nee das ist blöd ich will die haben dann brauche ich das noch so alter der so hell der raum alter nur glas außer das klo natürlich aber das ist ja krass aber so wollte ich das ja auch sieht aber richtig gut aus so hier noch ein dach drauf und dann geht das ähm hier noch alles eine einrichtung eine einrichtung führt noch ja sonst 4000 hab ich bloß noch ui ja dann komm dann mach ich die einrichtung später weil das sonst ein bisschen zu krass wird müssen wir noch ein bisschen spielen einfach bis wir uns das leisten können alles na gut ein dach können wir uns auf jeden fall leisten also das wird ja nicht gerade wann ich nehme mal die die kombi die kommt die passt da hier locker zwischen so 1600 heilige schitte 500 1800 1800 oh ja 1000 sieht die tausend noch was oder so ja man kann sie nachher nichts mehr leisten das ist das ist das ist das ist das ist ein Azteken das ist ein Azteken aaaah und ich mal ein Becken mit wieso wieso kann ich die jetzt nicht muss ich jetzt eine einfache nehmen oder was ab bestimmt weil das eine andere Theke war achso ich wollte auch so eine ne kann das sein Jupp und wo noch Spiegel auch Spiegel ach ne ich brauche ja nicht haha weil naja Spiegel 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 kann ich ihn hier hinter ballern einfach so wie es ein ah den Kings gut so das ist ja super naja jetzt habe ich noch hier zwar noch Platz für duschen und was nicht alles aber das sieht doch schon mal geil aus ne für ein Hund Dach ich weiß nicht ob ich ein Flachdach raufhau aber ich werde mal was probieren ich werde mal was probieren Dächer ja ich mach das immer so so dann so dann für jeden Raum warum mach ich denn das sieht doch schon mal ganz gut aus ne oder oder eine Schuhe bin ich im Grunde zufrieden mit Alter ich habe noch 191 die müssen arbeiten auf jeden Fall auf jeden Fall arbeiten die müssen auf jeden Fall arbeiten die müssen auf jeden Fall arbeiten aber wir sind drei Stockwerke ich bin hier schon 10.000 Euro weggeknallt und weggeballert Alter Alter aber eigentlich könnte ich das denn auch Abstellkammer mäßig kann ich das denn hier auch so hinzimmern so das sieht ja schon mal ganz gut aus so dann werde ich mal wieder in den Live Modus so ich muss erstmal wieder gucken und gucken was los ist dem einen klingel ich die Arschfalte das da muss ich grad was zu essen ja mhm die Mutti die was macht die denn gerade Geschirr spülen wieso macht die das in der Abwäsche was hä die hat ja doch eine Spülmaschine ich mein gut man kann es auch machen aber wenn er noch schon hat warum nicht was mach ich gerade achso zum Bus rennen achso ja was kann die nach dem abspülen machen was kann die nach dem abspülen achja die muss ja auch arbeiten ne sieben Stunden das sieht doch super aus die müssen doch wieder arbeiten ich hab nicht kein Geld mehr alles das die kann Lissi baden siehste das wäre doch super danach kann die Lissi baden halt auf jeden Fall tier nein nicht tier rufen tier baden alter genau wow der Rex sieht soweit ganz gut aus der kann raus und ein bisschen erschnüffeln Sammeldeck erschnüffeln ähm gebadet werden nie wieder schwitzen eine paar Simpsons im Fitnessstudio machen sich über deine leicht verschmutzten Workouts lustig ach der leck mich doch am Sack tss und ich war ja gar nicht im Fitnessstudio im Moment geschäftssupermarkt ist aus alle 35 untergesetzt so ich muss nicht sparen na gut eigentlich schon ähm aber egal was kann der Papa machen der kann oben mal duschen und dann kann er sich mal ans Bild wieder ran machen auf jeden weit fortfahren dann was mit Rex sprechen wow mit Runden riesen machen ja auch so gut malen das kann er auch machen das macht er ja auch gleich die Mutti badet Lizzy noch der Rex rennt hier fröhlich ums Haus das ist super und die Villa eigentlich schon äh alter was macht denn der für Geräusche alter ja der malt ja der gräbt die ist ja am baden auf jeden Fall denn ist das ja super Glückwunsch Rex hat die Fähigkeiten jagen so als Level 4 erreicht na das ist ja super oh die ist ja Hunger ähm ähm was ist die Fähigkeiten mit Schwimmbad nee aus dem abfressen kannst du noch machen kannst du noch duschen auf jeden Fall Rex hat was gefunden na das ist ja super alter ja scheiß Legs ähm joa was hat er denn gefunden Chips Tüte was ne Feder naja der soll mal was ordentliches finden alter mach weiter mach weiter ach sind das mal eine Goldbahn oder so weiß man nicht wer das her geräbt aber ich mein naja die ist ja auch fertig ja freu dich nicht immer geh fernsegucken so so ich spiel schon echt lange aber ich kann nicht aufhören das ist blöde ich hab auch Angst dass die Festplatte voll läuft ähm ja ja wo so groß sind die Dateien ja jetzt nicht weil das halbe naja die ist die blinkt guck ist wieder hell nachher wieder dunkel hih Hahnrang Zerstörung ja hier Kauen und so und dessen Rex noch weiter sucht nach feisten Gegenständen kann sie ja noch schon weiter gucken und dann ja der malt ja noch fröhlich vor sich hin der ist auch gar fertig das ist ja super verkaufen sofort die brauchen Geld alle 131 Simoleons das ist nicht viel jetzt war schon ein Edelstein gefunden alter super das ist ja mal ein Stein ja ja Jagenfähigkeit verbessern ja wär super ich hoffe das hat man jetzt nicht gehört oh ist das geil 629 Simoleons alter da sofort verkaufen das das schöne Bild oh jetzt haben wir ja 700 noch was kann er noch eins malen joo mal mal noch eins die sind immer super machen wir mal ein Mittel so hast du was zu tun also kannst du mal malereifähigkeit verbessern das ist auch super das ist auch super Lissys Hahn Drang ist ziemlich hoch hoch kann sie mal raus dann kann Dings auch mal hierher auch mal pieseln auf jeden Dings fährt in einer noo was geht mit ihr nicht negativ reagieren um so das Pissen gehen alte was hat denn der Edelstein gefunden was hat er denn gefunden macht nicht zufriedenheit Edelstein ein Diamant 185 Simoleons das ist ja super wir gleich verkaufen